Ja, heute haben wir Führungskräfte-Feedback gehabt, da haben wir uns angegatzen müssen, wer es uns gefällt und was uns alles gefällt. Und da sind auch Fragen, da können Sie angreizen, ja, eher ja, eher nein oder nein. Heute ist es wieder mit dem Erste-Hilfe-Kurs weitergegangen, da haben wir jetzt wieder eine Theorie gehabt. Was jetzt für uns als Erste ist wichtig, der Schandler beim Gesicht da ist, es ist ein schweres Gesicht, dann lasse ich ihn mal hinsetzen. Dann haben wir die Reanimation gelernt, da hat es geheißen, 30 Mal Herzdruckmassage und 2 Mal Beatmung und das so lange, bis der Patient wieder sich weg oder eine Sanität erkennt oder die Rettung. Der Übergang zwischen Herzdruckmassage und Beatmung sollte extrem schnell gehen. Das Wichtigste ist, dass das Gehirn Sauerstoff kräft. Da verlassen die Rippen so um mich, da in dem Bogen. Und du musst schauen, dass du genau da drin im Bogen bist, dass du mit den zwei Fingern da den größten Druckpunkt hast. Die letzte Station war dann auch ein nachgestellter Motorradunfall, wo wir den Helm abnehmen haben müssen und dann noch verschiedene Tragemöglichkeiten, zum Beispiel auch mit dem Dreiecksdruck. Da treffst du einfach immer mit einer Wunde auf die nächste Wunde. Genau. Das war's, was wir da drin? Das war's, was wir da drin? Das war's. Das war's. Das war's. Danke riesig. Vielen Dank.